Neulich sind wir im Stream durch New England gezogen und waren auf der Suche nach Elchen. Wir sind den Fluss entlanggewandert, als plötzlich... Boah, der ist groß. Boah, der ist echt groß. ...ein Riesen-Elch zwischen den Püschen auftauchte. Ich hab ihn nicht gespottet und wir haben ne Wette draus gemacht. 83% waren der Meinung, der macht Diamant. Mich eingeschlossen. Ich bin also langsam zum Elch geschlichen. Und umso näher ich kam, umso größer kam er mir vor. Da kommt er. Ich hab ihn gecallt und gewartet, bis er sich langsam in Position gebracht hatte. Er stand leicht schräg zu mir, was bei Elchen ne super Möglichkeit für nen Herzschuss ist. Tango down. Der Schuss sah gut aus und ich war jetzt selber extrem gespannt. Junge, 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 also der ist wirklich groß. Man darf sich in Call of the Wild eben nie zu früh freuen.